Da sind wir wieder! Probieren wir den nochmal. Weil der jetzt noch ein Motor ein bisschen mehr Geschwindigkeit hat. Beschleunigen auch. Aber immer noch kein Handling. Oh! Mh! Ah! Aber jetzt geht der auch nicht ab. Das ist nicht so, wenn ich es noch nicht verstehe. Motor und Motor oder so. Dann sieht das schon mal aus. So macht das so gleich etwas mehr Spaß. Auch wenn jetzt nicht mehr. Aber schneller werden. Ich weiß nicht mehr, wie es ist. Ich weiß nicht mehr. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 3. 4. 3. 4. 5. 5. 5. 6. 7. 6. 8. Ich muss unbedingt nach Kempton Beach kommen. Angeblich sollen die Quoten da besser sein. Mal sehen. Knopf dir die Typen weiter vor. Du kriegst Racer. Ist nur ne Frage der Zeit. Wir sehen uns. Ja. Nur ne Frage der Zeit. Kempton Beach. Kriegen wir das jetzt für den Besinn vielleicht? Freugeschultet. Auf jeden Fall kaum. Bald Black ist neu, das freigeschacht. Wie viel Kilometer. Sech. Wollen mich doch drohlen. Bedrängt mich bitte nicht so. Das würde mich sehr freuen. Was ist das? Was ist das? Ich kann mich noch erinnern. Den hat ich nicht gefahren. Aber den 16 Kilometer. Dauert eine Runde, aber dauert das halt bestimmt 6 Minuten. Wow. Komm, die kann man auch kriegen. Schnapp zum Glauben. Komm. Klasse. Klasse. Nur weil. Nur weil da so ein Slow Notion ist. Boah. Oh, ich mach gleich mal ein Garo. Ja, das dreht sich einmal und stellt sich da wieder hin. Ja, eigentlich schon, ne? Wir nehmen das Auto mit. Man, der da vorne, der geht mir am meisten auf. Es fahren immer Autos mit, die ich noch nicht freiglich halte da. Ja, später wird es noch mieser mit den Autos mitfahren. Nächstes Mal kein Zoom gespielt. Aber jetzt kann ich da mal wieder runter. Jugo nimmt mich alle. Weil der irgendwie nicht wer kauf oder so. Wie der immer gleich gerutscht. Boi, ja, holt er den wieder ein und dann schaffen wir das. Wir dürfen nur kein Slow-Mo in der einen Schaffes-Ecke machen. Aber dann muss er sich ja überschlagen und was auch immer. Du kommst hier nicht vorbei, zumindest jetzt nicht. Nössens damit ich dich dann wieder überhole. Warum kriegt der die Kurve so gut? Naja, vielleicht liegt Starlash nix an die Handlung gemacht hat. Okay. 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 Oh. War das knapp, gut dass der mir da noch hinten eingefahren ist, ey. Ho, ho, ho. Oh ne, das kann spaßig werden. Warum nicht, dass er die Autobahn... Ja, was fährst du denn voll nach rechts? Da ist eine Wand, mein Freund. Eine Wand war das. Interessiert. Ah ne, das hatte ich auch nicht gefahren. Was weiß ich, aber das musste ich ja nicht. Zeitig! So, wo ist das Gas trocken, dann kannst du es schaffen. Fahr erstmal da rein und der da vorne sollte bitte nicht so wegziehen. So. Was hat er denn für? So, da sind die alle durch. Scheiße. So, da sind die alle durch. Naja, so 2 Minuten von der Ongel. So 6 Minuten. Ja. Ach ja. So. Ist auch Rundenkauer, ne? Ja. Wird jetzt aber erstmal fliegt. Ja, mach doch keine Vollbremse. So. 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 Das Porsche. Okay. Wo dann? Ja. Porsche. Also Porsche so viel fand ich nicht so. Jetzt würd ich gerne nach vorne ziehen und dann, dass er mich plötzlich in Ruhe lässt. Weil der ist der, der die ganze Zeit eben erst was rausgeführt hat. Wenn ich die Kurve so nehmen müsste, ist das ja nicht mein Problem. Ja, damit macht doch nicht nur Vollbremsung. Ja, nicht ganz, äh, nicht ganz sechs Minuten vielleicht. Ja, fünf Minuten lang und was, ne? Ja, das ist ja okay. Ja, das ist ja okay. Ich kann doch auch nix dafür, wenn ich nicht mehr meine Höchstgeschwindigkeit machen kann und die Schleunigung. Oh, du fährst jetzt schön geradeaus, wie es nicht gehört hat. Oh, du fährst. Hallo. Boah, geschafft. Schön, super, cool. Jetzt noch die Meilensteine und die Kamera-Dinge. Ah, da fallen. 175. Boah, zum Glück. Hey, Rock hier. Bei 9 haben wir dann Rock-Pot. Rock-Pot? Ne, Rock-Pot. Habe ich nicht geguckt, wie viel Kamera war. Sollten wir doch hinbekommen. Hey, ich bin's. Hör gut zu. Wenn einer abgezogen wurde, helfe ich gerne. Aber dabei muss auch was für mich rausspringen. Du kümmerst dich um die Blacklist, ich kümmere mich um deinen Unterschlupf. Im Gegenzug ignorierst du die Wetten, die ich auf dich abschließe. Das ist dein perfekter Deal, WhatsApp. Lass dir von diesem Rock helfen, ohne dass er was von unserer Sache mitbekommt. Bis später. Okay, okay, okay. Aufpassen. Hm. Ehm. Dann. Kommt dieses ran jetzt. Und die Verfolgungsakt. Jagd. Ja, ich weiß, dass eure Scheiße sind. Die braucht ihr mir nicht noch extra zeigen. Ich meine, sie trifft die Sonne. Das geht jetzt aber genau. Ja, der Eick. Ach. Der hat mit Deutschland früher. Nochhern. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss es jetzt sagen. Ja. Ich weiß nicht. Sie ist wohl nicht. Ich weiß nicht. Ah ja... Code 6 Objekte. R-Code ist ein Objekt. Das ist aber klar. Oder sowas. Was findet ihr davon? Schreibt mir in die Kommentare. Nix. Und ich weiß noch nicht mal, wann das kommt, das Video. Also, kannst ja nicht... Oh ja. Wir fahren dann vorbei. Also, kannst du auch nix sagen. In welchen Garten fahren die Garten? Die fahren nicht auf den Verkehrsstrauß. Hallo, ich war... Dann haben sie es halt auf dich abgesichert. Ja, da hast du es gehört. Und deswegen fährst du erst mal gegen den Schild. Und auf einmal wirst du so abgebremst, dass es kommt vorbei. Weil es einfach gerade kommt. Dann fahren wir hier drunter. Und die bleiben da hängen. Und auch nicht. Also, da rechts würde ich nicht langfahren, und die bleiben da hängen. Und die bleiben da hängen. Ja. Keiner wollte eine Verfolgung. Das ist aber schade. Okay. Vier Polizeiragen. Weniger hat vier Minuten, oder? Ja. Ich hab' Gott, du willst von der Seite. Ja, das war doch... Ich hab' dich doch nur gestreichelt. Ich hab' dich doch nur gestreichelt. Diamond Park, oder was? Hier ist Mia. Hier ist Mia. Ich hab' ein paar nützliche Infos über die Cops. Du kannst sie abschütteln, indem du dich an bestimmten Orten versteckst. Du musst nur aufpassen, dass du aus der Sichtlinie verschwindest. Diese Orte sind überall verteilt. Halt die Augen danach offen. Ja. Das kennen wir schon. Sonst fehlt noch ein bisschen Kopfschmerzen. So, wen egal. Ja. So, und jetzt bitte eine etwas längere Verfolgung. Ich hab' dich doch einmal... Darf ich dich doch mal gucken? Und benutze ich jetzt kein Video, okay? Verstanden. Kommen. Zentrale, wir brauchen Hilfe mit diesen Süchtigen. Okay, Roger. Drei Delta 20. Wir brauchen Hilfe bei den Züchelstücken. Sind unterwegs zu euch. Komm, ich fahr' jetzt nach Straßenregeln. Linker setzen. Hallo, was fährst du denn? Was machst du hier alles kaputt? Was fällt dir ein? Ich versuche ihn einzuholen und mit 10.59 zu shoppen. Zentrale, fordere 10.73 an. Wenn es sein muss andere Einheiten umleiten. Negativ Delta 20. 10.30, 10.33. Oh, hallo. Oh. Was hab ich denn jetzt gemacht? Wer verhindert durch das Busdepot? Was ist denn jetzt passiert? Warum kriege ich Combo-Kopf? Gell? Oh ne, den muss ich noch nicht. Oh ne, den muss ich noch nicht. Was kommt denn jetzt raus? Oh ne, die ist schon. Können wir das für ein Fokter haben? Drei Delta 20. Bitte Situationsbericht durchgeben. Disc 1, 0.1. Aktuellen... Wir haben ihn. Wir haben ihn. Alle Einheiten, lasst euch etwas zurückfallen. Wir, wir holen ihn uns später. Nee. Ihr sollt jetzt kommen. Warte. 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 Ja, mein Freund. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ich habe keine Tora, ich warte. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Ach, komm schon. Ja. Mein Freund dahinten. Ja, ich warte. Ja, ich warte. Unfall. Wiederhole. Unfall. Verdächtiger hat uns gerade gerannt. Einer der Einsatzwagen ist ausgefallen. Ich warte doch noch ein bisschen ab. Ich habe dich gerade gerannt. Wie kannst du mich da haben? Alter. Ich warte das Gebiet ab, ich habe ihn verloren. Was bist du denn für ein Pro? An alle Unterstützungseinheiten. Fahrzeug wurde zuletzt gesehen in östlicher Richtung auf dem HW-99. Alle Straßen an seiner letzten Begabungsfahrtbildung werden abgesperrt. Egal. Mein Stellung war da eh später. Aber wir haben doch nicht genug Kopfgeld. Moment. Starten wir jetzt noch einmal. So, noch einmal. Machen wir jetzt mit uns können. Dann kommen Stufe 2, die hier dann. Ja, ja, sehr gut. Ja, ja, sehr gut. Das ist viel zu lange. Da ist doch einer, da ist doch einer. Komm her, komm her, komm her. Klasse. Okay, dann machen wir weiter im nächsten Part. Ne? Ciao.